Lignano in Italien. In diesem Badeort an der Adria findet das Qualifikationsturnier für den Superfinal der Europa-Liga in Portugal statt. Auch die Schweizer Nationalmannschaft ist hier und geniesst den letzten Abend, bevor der Wettkampf beginnt. Wenn ich jetzt vier Jahre zurück schraube, habe ich noch Rasenfussball gespielt. Und wenn ich das jetzt so gesehen habe, würde ich sagen, ich habe den richtigen Weg gewählt. Du kannst das Land vertreten. Du spielst immer noch Fussball, einfach auf Sand. Du spielst meistens am Meer, schönes Wetter. Das kann man nicht zahlen, das erlebt man einfach. Aber ich will nicht sagen, dass wir wenig machen. Wir trainieren auch drei bis vier Mal in der Woche. Wenn man den ganzen Sommer unterwegs ist, ist nicht ein anderes Schütte. Es ist einfach ein ganz anderes Sport da. Das kann man sagen. Natürlich ist es so, dass wenn jemand Ronaldinho heisst, der geht aus Barcelona und ich gehe bis zum Beispiel spielen, dann kann das grosse Geld verdienen. Aber es gibt Millionen von Fussballern, die gut sind, die sehr gut sind und die sich für die neuen Sportler entscheiden. Und das ist wichtig. Sie können hier etwas kreieren, die können etwas aufbauen. Das ist doch schön. Wenn man zu etwas schätzt, ist zum Beispiel auch ein Beach-Soccer. Das Wetter ist genial. Man hört das Meer aus. Trotz allem Spass sind die Schweizer aber auch hier, um nach der verpassten WM-Qualifikation zu beweisen, dass sie dennoch zu den internationalen Top-Teams gehören. Wir spielen immer gut den Beach-Soccer. Und dann haben wir wieder das Halbierpunkt. Und wir haben keine richtigen Highlights, haben wir jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Und ich fordere jetzt wieder ein Highlight. Das ist ganz wichtig. Mir macht es keinen Spass, wenn man von der Schweizer sagt, sie sind gut. Und dann verlieren wir die Wichtigkeit. Man weiss lieber, wir würden sagen, wir sind die grössten Scheisse, aber wir gewinnen jede Partie. Amigst würde ich mir wünschen, dass die Wiener-Mentalität ein bisschen mehr wäre. Und das haben wir im Schweizer Sport, das ist nicht ein bisschen das Problem. Wir sind ein bisschen gesättigt. Wir müssen uns nicht mehr so durchsetzen, um irgendetwas zu erreichen in der Schweiz. Und das geht uns ein bisschen ab. Hier kann ich ein Vorbild sein und das möchte ich weitergeben. Spanien und Italien gelten als Favoriten für den Turniersieg in Lignano. Doch die Schweizer wollen hier ebenfalls ein Wörtchen mitreden. Und der Sand behagt den Schweizern offensichtlich. Der Sand kommt jetzt gerade so spielen wie Stefan Loi oder auch ihm und auch mir. Das kommt ihnen mir entgegen, weil das ist ein Sand, wo die Farbe ist, wo man gerade aus dem Sand aus sich nicht schiessen kann. Und das Gute ist eben, dass der Ball in dem Sand, der rollt sehr schnell, also der versinkt nicht gerade, oder wir müssen es nicht tiefer sein. Das Auftaktspiel gegen Österreich ist ein erster Test für die Ambitionen der Schweizer. Und wirklich, auf dem schnellen Sand können die Schweizer ihr Spiel aufziehen und die Österreicher regelrecht überrennen. Ein perfekter Start ins Turnier. Wir haben 11-2 gewonnen, wir haben das umsetzen, was wir eben vorgenommen haben. Für uns geht es darum, dass wir es morgen gewinnen. Das ist wichtig. Spanien, 11-2. Wir haben auch 3-2 gewonnen. Schlussendlich. Dort Differenz zählt nicht. Einen Sieg sind die Schweizer von der Qualifikation für den Superfinale in Portugal entfernt. Aber Halbfinalgegner sind ausgerechnet die Spanier, die Nummer 4 Europas, welche zufälligerweise im gleichen Hotel untergebracht sind wie die Schweizer. Für mich ist es einfach immer speziell, gegen die Spanien spielen, weil ich habe zu Meila mit dem Amarela, mit dem Nico zusammengespielt. Jetzt sind es meine Mannschaftskollegen, jetzt sind es meine Gegner. Und das ist schon so. Also der Amarela ist schon die Persönlichkeit von diesem spanischen Spiel. Aber wenn man den so lange wie möglich ausschalten kann, den Amarela, aber die anderen dürfen ihn vernachlässigen, dann haben wir eine sehr gute Chance. Die ersten drei Jahre auf dem Beisdruck, wo ich gespielt habe, waren die Spanier ganz weit weg von uns. Keine Chance. Und dann hat das Blatt angefangen zu ändern. Irgendwann im 2.05 haben wir sie mal weggeputzt und dann sind wir dran gekriegt worden von den Spaniern. Und das war das Schönste gegen Spanien spielen. Und letztes Jahr hat das Blatt wieder etwas gedreht. Und ich weiss nicht warum. Ab jetzt dreht es das wieder, das weiss ich nicht. Das dreht sich jetzt wieder. Jetzt ist es fertig. Und klar schlönen wir die Mann, ganz sicher. Ich bin 100% überzeugt. Gelingt es den Schweizern endlich einmal wieder einen der grossen Europas zu schlagen? Halt sind. Aggressiv mit ihm. Auf dem Feld ist etwas und nach dem Feld ist es etwas anderes. Es sind Kollegen am Treffenfeld. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass wenn er heute ein gutes Spiel wird verletzt. die Schweizer in die Zweikämpfe. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung gelingt es ihnen, die Sturmläufe des spanischen Käptens Amareje zu unterbinden. Im Sturm sorgte Jans Dankovic für Torgefahr. Und selbst das 2 zu 1. Und ein weiteres Mal setzt er sich wiederum technisch perfekt gegen die spanische Verteidigung durch. 3 zu 2. 4 zu 2 steht es zum Schluss verdient. Endlich haben die Schweizer wieder einmal einen grossen des Beachsockers besiegt. Damit spielen die Schweizer nicht nur gegen Gastgeber Italien um den Turniersieg, sondern haben sich auch für den Superfinal in Portugal qualifiziert. Das sind Schönheitsfussballer. Wenn die den Platz haben, das ist genau wie der Aussen. Wenn die einen Raum lassen, die spielen, wenn die keinen Raum lassen, wissen nicht was zu machen. Und dann ist es fertig. Das ganze Konzept fällt zusammen. Und unser Konzept ist heute die Aufgabe. Das war einfach geil. Ja, das ist wirklich arschgeil. Einfach jeder auf den Füssen voneinander. Das war geil. Ich wüsste gar nicht, wie wichtig das ist für die ganze Bewegung des Beachsockers. Hätte man das Spiel nicht gewonnen, hätte man heute eine Zitterpartikel. Ich will gar nicht davon sprechen eigentlich. Aber es geht einfach darum, bei der Nichtqualifikation hat das für uns bedeutet nächstes Jahr World Cup Qualifier. Ein ganz schlechtes Ranking. Das bedeutet keine Europameisterschaft, wenn wir nicht unter die ersten Nacht gekommen wären. Es sind einfach so viele Sachen, die daran hängen. Einladungen. Wir haben wieder Spanien geschlagen. Wir sind wieder dabei. Es geht einfach alles sehr wichtig. In Italien ist es klar. Wir spielen in einem Stadion, wo voll wird sein. Das ganze Publikum wird hinter den Italienern sein. Sie werden sie anfeuern. Aber wenn wir spielen wie gegen Spanien gestern, wo wir eine unglaubliche Leistung gebracht haben, im taktisch-technischen Bereich und gegangen sind, 100 Prozent. Wenn wir so spielen, dann werden die Italiener heute auch verlieren. Eine starke Schweizer Mannschaft mit zehn Leuten, die alles für das Land geben. Im Stadion nähert sich die Stimmung dem Siedepunkt. Als überzähliger Spieler fiebert Orazio Ferranti auf der Tribüne mit. Ich bin in der Schweiz geboren, aber eigentlich von meiner Seite Italiener. Auf dem Rasen bin ich ganz klar für Italien und hier auf dem Sand ganz klar für die Schweiz. Die beiden Mannschaften liefern sich ein spannendes, ausgeglichenes Spiel auf hohem Niveau. Immer wieder gelingt es den Italienern, in Führung zu gehen. Doch die Schweizer geben nicht auf und gleichen jedes Mal auf spektakuläre Weise aus. Kurz vor Ende des letzten Drittels dieses Tor. 5 zu 4 für die Italiener und nur noch wenige Minuten zu spielen. Die Mannschaften, die versinken jetzt. Das machen wir nicht. Ein Goal brauchen wir, nur noch ein Goal. Und einmal mehr kämpft sie Stefan Meier durch die italienische Abwehr. 5 zu 5. Doch sein Torjubel artet zur unnötigen Provokation aus. Da habe ich mir gedacht, scheisse Meier, du hast einen riesen Fehler gemacht. Da bin ich wirklich, bin ich über und wollte mich entschuldigen. Und das ist, glaube ich, wirklich der falsche Moment. Ich habe es wirklich nur gut gemeint. Ruhe, Ruhe! Lieber Fernand, es ist... Oh, 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 oh! Die haben gemeint, ich wollte mal über und provozieren oder dumme Sachen sagen. Das stimmt wirklich nicht. Ich wollte mich wirklich entschuldigen. Für eine gut gemeinte Geste im falschen Moment erhält Meier die Höchststrafe. Muss unter Pfiffen das Stadion verlassen und fehlt dem Team in der Verlängerung. Da die Verlängerung jedoch keine Entscheidung bringt, kommt es zum Penalty-Schiessen. Der entscheidende Penalty. Loy trifft. Nun stehen die Italiener unter Zugzwang. Mit ihren leidenschaftlichen Auftritten haben die Schweizer auf dem Sandstrand von Lignano bleibende Spuren hinterlassen und brechen nun zu weiteren Erfolgen auf. In der nächsten Sendung am kommenden Dienstag, 28.10. um 18 Uhr auf ProSieben. Die Turniere der GE Money Bank Tour in Zürich und Bern, sowie der Superfinal in Portugal. GE Money Bank, M&Ms und EA Sports offerieren den exklusiven Beach-Soccer-Wettbewerb. Gewinne ein Wochenende zusammen mit der Schweizer Beach-Soccer-Nazi und blicke hinter die Kulissen eines Top-Events. Sende eine SMS mit dem Kennwort Easy Win Nazi an 92 92. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR